Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal ganz gechillt, ein ganz kurzes und knackiges Video über den sogenannten Fitness-Glitch. Ja, irgendwie sind da Flecken. Egal. Fitness-Glitch, was meine ich denn damit? EA hat ja irgendwie einen Fehler reingemacht in FIFA 20 und zwar, egal ob Fitness 99, egal ob Fitness 40, egal ob irgendeine Anzahl der Fitness, ingame ist es immer 100 oder 99 Fitness. Ich war gestern sehr viel in Streams von anderen E-Sportlern und da kam so oft die Frage, gibt es den Fitness-Glitch noch und bipapo, weil ja der Patch war. Und um das jetzt mal ganz allgemein zu beantworten, ja, derzeit gibt es diesen Fitness-Glitch noch. Ich glaube, der wird dann im nächsten Patch weggemacht. Aber um euch das Ganze mal deutlich zahlen zu können, wundert euch jetzt nicht. Ich bin jetzt hier bei meinem FIFA 19 Team. Alter, wie geil das aussah, ich vermisse es irgendwie, Rote Van Dijk, Sancho, bla bla bla. Egal, um das soll es jetzt nicht gehen. Aber ich habe jetzt geguckt, meine Spieler haben hier 95, 99, 96, 97 und ja, da sollte man dann auch schon erkennen, ist es jetzt Full Fitness ingame oder ist da jetzt der Balken etwas geschrumpft? Und das zeige ich euch jetzt. Wir gehen jetzt hier in ein Squad-Battle-Spiel, wo dann quasi deutlich zu erkennen ist, okay, diese Spieler haben 95 Fitness. Der Balken darf nicht voll sein. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Und das Beispiel machen wir dann umgekehrt in FIFA 20. So, schaut mal jetzt. Spielen wir mal kurz Abstoß, bla bla bla, warten kurz, bis die Namensanzeige kommt. Guckt hier unten. Ich zoome das ran natürlich. Fitness ist nicht Full. Da ist schon mal ein Abzug. Man sieht es hier bei dem Gegner, der war Gabriel Jesus auf Full. Also, hier gehen wir mal zum Torwart nach hinten, weil Torwart hat den 99. Boom. Guckt an. Also dürft ihr jetzt, was weiß ich, 98 oder so haben, weil der Balken ist nicht Full. Hier auch nicht. Keiner der Balken ist Full. Gut. Das heißt, hier ist schon mal deutlich zu erkennen, hier gibt es diesen sogenannten Fitness-Glitch nicht. Das heißt, wir wechseln jetzt mal kurz zu FIFA 20. Währenddessen würde es mich sehr, sehr freuen. Gebt den Daumen noch sehr, sehr gerne nach oben. Wenn ihr neu seid, hinterlässt gerne ein Abo. Danke euch dafür. Und solltet ihr Freunde haben, die sich fragen, gibt es diesen Fitness-Glitch noch, blibblablub, dann zeigt denen einfach das Video, schickt denen den Link und abfragt. Er ist dann komplett aufgeklärt. Also, stand jetzt. Nächster Patch wird das rausgemacht. Ihr könnt auch ein bisschen traden. Ihr könnt auch ein bisschen Kohle damit machen. Und zwar, aktuell sind die Team-Fitness-Karten sehr, sehr günstig. Also, kauft euch mal einfach alles ein. Und sobald der Patch raus ist, ihr werdet dann sehen, die Weekend-League ist ja wieder, sobald der Patch rausgeht, wird das Ganze wieder um die 1000 Coins kosten, also die Team-Fitness-Karten. Ich habe auf Twitter schon jemanden gesehen, der hat sich bis zu 4000 Team-Fitness-Karten gekauft. Also, der wird am Ende richtig fett Kohle machen. Training mit Parto. Ich habe euch mal einen Training-Tipp rausgeballert. Ich glaube selbst nicht. Aber, ja, ich denke, das ist dann ein leichter Weg, eben Coins zu machen. Das ist jetzt derzeit mein aktuelles FIFA 20 Team. Aber egal, um das soll es sich jetzt nicht drehen. Schaut hier. Fitness. 36, 46, 34, 59. Alter, ingeben kann das doch jetzt nicht Full-Fitness an. Meint ihr, mein ich, meint das Spiel das vielleicht auch? Schauen wir uns das Ergebnis an. Wir gehen jetzt hier an den Cut. Nicht, dass ihr denkt, so, ja, ich habe jetzt auf die Schnelle noch Team-Fitness reingeballert. Nein, natürlich nicht. So, ich lasse es jetzt mal und rede über diesen schönen Tag. Wie gesagt, lasst noch mal eine Daumen nach oben. Ich muss jetzt irgendwie die Zeit überbrücken, damit ihr nicht denkt, ich habe da jetzt irgendwie was rausgekattet oder so. Passt perfekt. Hier, Black Screen gerade. Gut, wir sind schon im Spiel. Perfekt. Ging schnell. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Komm, komm, hier nochmal die Namensleiste. Komm, komm. Guckt das an und noch. Full-Fitness. Es funktioniert immer noch. Also spart euch jetzt momentan die Team-Fitness-Freunde oder generell die Fitness-Kartner. Egal, was ihr spielt, egal, was ihr macht. Momentan hat eure Mannschaft immer Full-Fitness. Guckt hier, jeder Spieler da. Pogba auch Full-Fitness. Perfekt. Sehr, sehr geil. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, ihr seid jetzt komplett informiert. Bin gespannt, ob man das jetzt noch überall in diesem Chat liest. Also egal, in welchem Chat ich gestern war. Überall war das Thema. Gibt es diesen Fitness-Glitch noch? Ja, es gibt ihn noch. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das überhaupt Glitch nennt. Es ist einfach nur ein Fehler von FIFA oder Fehler von EE, dass sie das so eingebaut haben oder dass es derzeit so programmiert wurde. Aber ich denke, im nächsten Patch wird das rausgemacht. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch da jetzt gut informieren können. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Ciao! Ciao!